Was macht ihr denn hier? Er hat an mich ein paar Fragen gestellt. Ja, das würde er ja dürfen. Na ja. Wenn du fragst, was macht ihr hier? Es geht um seinen Film. Man wolle ja über Jess was wissen. Na, da wärst du doch genug. Kannst du ihm mir auch mal eine Antwort geben? Na ja, da wärst du doch schon. Ja ja. Wow. So. So. So.